Mit diesem Urlaubsschnappschuss bringt sich Kylie Minogue wieder ins Gespräch. Das Besondere, die 45-Jährige postete auf Instagram nicht etwa eine Vorderansicht, sondern sie zeigt diese wundervolle Kehrseite im Leoparden-Badeanzug. Kylie und ihr berühmter Pooh. Schon 2000 setzte sie den wirkungsvoll in Szene. In dem Video zu Spinning Around. In knappen, goldenen Hotpants gelang Kylie Minogue ein glorreiches Comeback. Und Kylis Name war nach langer Funkstille wieder in aller Munde. Und das funktioniert offenbar noch immer, denn ihr jüngster Instagram-Post beweist, dass bei der Sängerin noch alles super in Schuss ist.